Und im Studio ist dazu jetzt die Finanzmarktexpertin Sandra Navidi von Beyond Global. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben es angesprochen, die Situation ist extrem festgefahren. Wie lange kann das noch so weitergehen? Und wie macht sich das auch im Land bemerkbar? Das kann auch sehr lange so weitergehen, denn Donald Trump hat sich da relativ festgefahren. Er hat sich keinen einfachen Ausweg gelassen. Es betrifft 800.000 Staatsangestellte. Nicht-Essentielle werden in Zwangsurlaub geschickt. Leute, die man weniger entbehren kann, müssen ohne Bezahlung jetzt vorerst so weiterarbeiten. Das macht sich konkret im Alltag wenig bemerkbar. Die Steuerbehörden zahlen im Moment keine Gelder zurück. Natürlich weiterhin ist man steuerpflichtig. Oder zum Beispiel, wenn man einreist in die USA, die Passbeamten, also die Beamten bei der Pass, bei der Einreisekontrolle, sie müssen auch weiterarbeiten, ohne bezahlt zu werden. Und welche Folgen hat dieser Shutdown jetzt ganz konkret für die Wirtschaft? Ja, die US-Regierung oder der Staat hat einen nicht unerheblichen Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Man geht davon aus, dass dieser Shutdown die USA pro Woche ca. 6,5 Milliarden Dollar kosten könnte. Und das vor dem Hintergrund der Marktvolatilität, der drohenden Handelskriege auf allen Fronten, verschlimmert das die Lage natürlich weiter. Nun ist US-Präsident Trump ja für seine harte Haltung und seine Attacken bekannt. Er hat jetzt wieder einmal gegen Europa gewettert. Muss uns das aufhorchen lassen? Auf jeden Fall. Donald Trump hat ja ganz klar gesagt, er betrachtet Europa als Feind. Dort insbesondere Deutschland als Wettbewerber. Man muss davon ausgehen, dass Donald Trump es daran liegt, Deutschland wirtschaftlich auszuschalten. Und er hat ja gesagt, dass entweder werden die Institutionen in Europa modernisiert oder man muss sie abschaffen. Also ihm ist ganz stark daran gelegen, Europa auseinanderzubrechen. Dennoch müssten wir uns ja fast schon an diese Situation gewöhnt haben. Immer wieder diese Attacken von Donald Trump. Aber es bleibt außergewöhnlich, sagen Sie. Ja, viele sind ja davon ausgegangen, er kann es nicht ernst meinen. Das ist nur Rhetorik, das ist eine Verhandlungstaktik. Das wird er nicht durchsetzen können. Aber mit dem geschlossenen Kongress hinter sich bisher hat er seinen Kurs so durchgezogen. Und es bleibt Schlimmstes zu befürchten. Nur dadurch, dass der Kongress jetzt, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus zurückgewinnen konnten, wird ihm wohl eine Grenze aufgezeigt werden. Kommen wir noch einmal ganz kurz auf den Shutdown zu sprechen. Eine Lösung ist jetzt im Moment ja wirklich nicht erkennbar. Von welcher Seite könnte sie überhaupt kommen? Die Demokraten werden nicht nachgeben. Das werden sie auch nicht müssen. Wie gesagt, Donald Trump, der angeblich so tolle Verhandlungsmensch, hat das denkbar schlecht in Angriff genommen. Ich denke, er wird versuchen, irgendwann einzulenken und das so zu drehen. Marketing-technisch, das ist dann ein Zaun oder eine andere. Also wird es versuchen, die Rhetorik zu drehen, wie er das bisher auch gemacht hat. Er kann seinen Anhängern alles verkaufen. Denn im Grunde genommen ist das ja vor allen Dingen auch eine Verkaufsmaßnahme im Hinblick auf die nächsten Wahlen speziell gerichtet an seine Basis. Und dafür ist Donald Trump bekannt. Besten Dank für Ihre Einschätzung hier bei uns im Studio. Die Finanzmarktexpertin Sandra Navidi. Verkaufsmaßballen